Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal ganz kurz eine kleine Sache sagen. Ich habe meinen Job gekündigt. Also ich kämpfe jetzt mit meinen eigenen Sachen, damit ich mein eigenes Business weiterbringe. Und ich mache auch wieder mal mehr oder weniger mehr YouTube-Videos. Auf jeden Fall, ich werde sicher öfters hochladen, als wie jetzt in der letzten Zeit. Da es sehr, sehr stressig war und sehr, sehr viel los war in meinem Leben. Das, was ich gar keine vorstellen kann. Auf jeden Fall, egal, ne. Und ja, auf jeden Fall. In diesem Video zeige ich euch meine PS5. Genau deswegen. Deswegen, deswegen hat das Video angefangen. Ne, Spaß. Und zwar in diesem Video möchte ich einen Beweis liefern. Einen richtigen Beweis liefern. Und dann, dass Geister gut, schlecht, wo auch immer, überall und immer da sind. Und deswegen probieren wir mal in diesem Video auch mal am Tag mit jemandem zu kommunizieren. Ob es funktioniert, ich habe keine Ahnung, ja. Aber wir werden es auf jeden Fall sofort erzählen. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Und dann, wie du da bist. Alles okay. Gut. Hallo. Alles gut. Okay. Okay. Es ist ein ganzer Passant da, ein guter Passant, ein anderer Passant, ein richtiger Fond der Rügel. Bist du gut? Nein, danke. Sonst hätte ich dich zugeben und deine andere Person herzuholen. Der ist richtig. Der ist richtig. Der ist richtig. Wir brauchen diesen Kontakten, dieser Person jetzt auch. Liebe Gott du weißt ganz genau was ich die aber mache. Und du weißt ganz genau was du hier gemacht hast. das ist nicht erlaubt, dass sie hier ist und deswegen bitte nehmen sie weg, lieber Gott nehmen sie weg, jetzt r das jetzt Ich muss die Hilfe. Ich hasse es, diese Frage zu stellen. Ich hasse es. Ich muss die Stelle noch ein neues Produkt zu bekommen, wenn er kann. Ich muss die Hilfe. Ich will den. Ich will den. Ich will den. Ich will den. Dann lbour. Ich will den. Ich will ihn. dass du gestern meinen Fuß geschauten hast. Hau mal! Gestein! Ich habe streichhörer gehört. Welche Informationen hast du, was brauchst du von mir? Warum bist du gerade hier? Gestein! 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 Ich fühle mich gerade superunwohl. Deswegen, ich beende diese Sitzung. Jetzt, spreche mit dir nicht an. Ich werde mit dir keine Kommunikation mehr führen. Ich fühle dich sehr herzlich, dass du raus bist und mich wieder zurückkommst. Lieber Gott, beschütze mich, beschütze meine Seele, beschütze meinen Geist. Diese Person, die das hier gerade ist, die das ein, was auch immer, der Mohn ist. Nimm sie mit. Er reißt sie aus dir. Dann raus. Ich brauche sie nicht. Es ist okay. Jetzt. Keine Frage. Du sollst gehen. Du sollst nie wieder zurückkommen. Egal, wie das ist. Das soll ich wieder nicht gehen und kommen wieder zurück. Ich brauche sie nicht hier. Es tut mir leid. Und ich beende die Sitzung hier. Ich möchte mit dir keine Kommunikation mehr führen. Du gehst wieder zurück oder her. Du kommst fertig. Okay? Gut. Dann. Dankeschön fürs Reden trotzdem. Aber danke. Ciao. Wieder gehen. Danke. Im Namen des Vaters des Sonnes des seitigen letzten Jahren. Ich schicke die Super Sonne bitte zurück. Also hier, ich kann das. Danke. Dankeschön. Dankeschön fürs Zusehen. Auf jeden Fall. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal für mehr von solche Sachen. Aber ich muss jetzt derzeit noch eine Sache sagen. Die werde ich in einem extra Video sagen. Das wird jetzt quasi auch einfach vom Handy sein. Weil es einfach ein komisches Thema ist. Deswegen. Ja. Gut. Dann. Bis zum nächsten Video. Das wird auch gleich direkt hochgeladen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.